Mein Name ist Jo Wächter. Ich habe das Fahrradfachgeschäft der Radwächter in Köln-Ratholmer. Die Leidenschaft zum Fahrrad und zum Fahrradfahren haben mich hierhin geführt. Am meisten werde ich bei meiner Arbeit, dass alles sauber funktioniert. Die beste und teuerste Technik nützt nichts, wenn sie nicht richtig eingestellt ist. Ein Fahrrad ist ja eigentlich ein totes Material, aber durch uns wird das Fahrrad zum Leben erweckt. Und umgekehrt, uns erweckt das Fahrrad auch wieder zum Leben. Wir können viel weiter. Unser Radius wird viel größer als Kind. Schon als Kind, wenn man ein Fahrrad hatte, konnte man eine Welt entdecken, die über das Normale hinausging. Und genauso ist es auch im Alter. Man kommt ja viel weiter. Im Alter, wenn man jetzt immer so gut laufen kann, ich habe ja auch viele ältere Kunden, die sind nicht mehr so gut zu Fuß. Aber auf dem Fahrrad, da klappt das noch. Also, es zeigt sich immer mehr, dass Teile, die etwas teurer sind, ruhig, aber auch eine bessere Qualität haben, dass man von denen auch etwas mehr hat. Das ist ja nicht nur im Fahrradbereich so. Das ist bei jedem Messer, was man zu Hause hat. Das kann man auch wieder auf die Einstellung oder die Technik zurückführen. Was nützt einem ein teures Messer zu Hause, wenn es stumpf ist und schneidet es trotzdem nicht. An meinem Job macht mir die Vielseitigkeit am meisten Spaß und hat es nicht nur mit Technik zu tun, sondern auch mit Menschen. Das ist, wie die Göllner sagte, wie der Bäcker auch sagte, wie könnt ihr denn da schießen? Da stehen ja Menschen. Mein Motto ist, einfach besser Radfahren. Man könnte das auch umdrehen. Besser einfach Radfahren oder Radfahren einfach besser. Das ist, einfach besser. Vielen Dank.